Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk & Susann. Ja, ein herzliches Willkommen zu dieser Weihnachtsepisode von Upgrade Yourself, Glaub in Dich. Heute ist der erste Weihnachtstag, 24. Dezember, wenn diese Episode on air geht. Und ich werde es kurz und knackig halten. Und wenn du die Sendung gehört hast, dann hast du eine kurze Weihnachtsgeschichte von mir gehört. Und heute ist Weihnachten. Merry Christmas für euch alle. Ich bin davon überzeugt, ihr seid bestimmt auf dem Weg zu euren Liebsten. Oder kommt vielleicht zurück von einem leckeren Abendessen oder von einer Familienfeier. Denn Weihnachten ist wirklich Zeit der Liebe, Zeit der Familie, Zeit der Besinnung. Leider wird es letzter Zeit meines Erachtens mit dem Konsum etwas übertrieben, dass man ganz vergisst, warum man eigentlich Weihnachten feiert. Und darum möchte ich es heute nur ganz kurz halten und möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte, die nun folgt, die heißt Insel der Gefühle. Vor langer Zeit, da gab es einmal eine schöne kleine Insel. Hier lebten alle Gefühle, Eigenschaften und Qualitäten der Menschen einträchtig zusammen. Der Humor und die gute Laune, der Stolz und der Reichtum, die Traurigkeit und die Einsamkeit, das Glück und die Intuition, das Wissen und all die vielen anderen Gefühle, Eigenschaften und Qualitäten, die einen Menschen ebenso ausmachen. Natürlich war die Liebe dort auch zu Hause. Eines Tages machte ganz überraschend die Nachricht die Runde, dass die Insel vom Untergang bedroht sei und schon in kurzer Zeit im Ozean versenken würde. Also machten alle ihre Schiffe seeklar, um die Insel zu verlassen. Nur die Liebe, deren Schiff irgendwie gerade nicht seetauglich war, wollte bis zum letzten Augenblick warten, denn sie hing sehr an dieser Insel. Als das Eiland schon am Sinken war da, da bat die Liebe die anderen um Hilfe. Helft mir. Der Reichtum, der schickte sich gerade an, auf einen sehr luxuriösen Schiff in See zu stechen. Da fragte ihn die Liebe, Reichtum, kannst du mich mitnehmen? Nein, das geht nicht. Auf meinem Schiff, da habe ich sehr viel Gold, Silber und Edelsteine. Da ist kein Platz mehr für dich. Also fragte die Liebe den Stolz, der auf einem großen und schön gestalteten Schiff vorbeikam. Stolz, bitte, kannst du mich mitnehmen? Liebe, ich kann dich nicht mitnehmen, antwortete der Stolz. Hier ist alles perfekt und du könntest mein Schiff beschädigen. Als nächstes fragte die Liebe die Traurigkeit. Traurigkeit, bitte, bitte nimm mich mit. Oh Liebe, entgegnete die Traurigkeit. Ich bin so traurig, dass ich allein bleiben muss. Als die gute Laune losfuhr, war sie so zufrieden und ausgelassen, dass sie nicht einmal hörte, dass die Liebe sie rief. Plötzlich rief aber eine Stimme. Komm, Liebe, du kannst mit mir mitfahren. Die Liebe war so dankbar und so glücklich, dass sie völlig vergaß, ihren Retter nach seinem Namen zu fragen. Und später fragte die Liebe das Wissen. Wissen, kannst du mir vielleicht sagen, wer es war, der mir geholfen hat? Ja sicher, antwortete das Wissen. Das war die Zeit. Die Zeit, fragte die Liebe erstaunt. Warum hat mir denn ausgerechnet die Zeit geholfen? Und das Wissen antwortete, weil nur die Zeit versteht, wie wichtig die Liebe im Leben ist. Ich finde es eine wunderschöne Geschichte und ja, ich sende euch auch ganz viel Liebe für diese besonderen Tage, für die besinnlichen Tage, für ein besinnliches Weihnachtsfest, für die Zeit mit euren Liebsten um euch. Und ich danke euch für ein wunderschönes 2019 und denke, dass jetzt ein Moment angekommen ist, in dem jeder eben sich mal zurückzieht, für sich ist, vielleicht auch reflektiert auf das Jahr. Vielleicht gibt es Geschenke unterm Weihnachtsbaum zum Auspacken. Aber das Wichtigste, ja das Wichtigste ist die Liebe und die Zeit, die wir einander schenken, meines Erachtens. Und darum eine sehr kurze Episode. Meine Frage ist, wem hast du in diesem Jahr alles deine Liebe geschenkt und von wem hast du Liebe bekommen und wem darfst du noch vielleicht viel mehr Liebe schenken, als dass du es momentan schon tust? Und dann ziehe ich natürlich auch wieder eine Upgrade-Karte, eine Weihnachts-Upgrade-Karte und die heißt Erwartungsvoll. Das ist spannend, ja manchmal erwarten wir zu Weihnachten ganz, ganz viel. Es muss immer der perfekte Tag sein oder es muss ganz ruhig und besinnlich und liebevoll alles sein. Und manchmal ziehen uns unsere Erwartungen einen Strich durch die Rechnung und manchmal werden unsere Erwartungen wahr. Ja, welche Erwartungen hast du an diesen Tag, an Weihnachten, an die Zeit, an vielleicht auch eine kurze Urlaubszeit, die da jetzt kommt? Ich hoffe, dass deine Erwartungen für dich wahr werden und wünsche dir, wie gesagt, eine schöne Zeit. Frohe Weihnachten, Merry Christmas, frohlich Kerstfeest und alles, alles erdenklich Gute und Liebe wünsche ich euch. Hartelike Kutsches, herzliche Grüße, bis bald. Die nächste Episode kommt Silvester, also zwei wirklich spannende Tage, um eine Episode rauszubringen. Klasse, und dann geht es im nächsten Jahr wieder weiter mit den Interviews. Also, ja, auf die Liebe, auf die Liebe. Tschüss, tot rau, tschüss. Tschüss, tot rau, tschüss. Tschüss, tot rau, tschüss. Tschüss, tot rau, tschüss. Vielen Dank.